Ähm, ja, äh, Spielkicks nochmal. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie soll ich es sagen. Ich dachte immer, es geht nicht verrückter bei, ja, unserer Trümmerleute hier. Bei Frau Broni, Birella oder wie sie sich auch gerade schimpft. Aber es geht tatsächlich verrückter. Sie fordert hier einen TikToker auf. Ich nehme zumindest an, dass er einen TikToker ist, ihre Telefonnummer weiterzugeben. Und zwar öffentlich weiterzugeben. Ähm, noch verrückter geht das gar nicht. Aber hören wir mal kurz rein. Ansage an Kürdibo. Du hast meine Telefonnummer. Und du hast auch Zulassung, diese Telefonnummer zu den anderen weiterleiten. Wenn du willst, denen retten, so. Wenn du nicht willst, musst du nicht. Aber die, was du magst, kannst du meine Telefonnummer weiterleiten. So. Ende des Ansages an Kürdibo. Ähm, Frau Birella, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie dort einem wildfremden Menschen erlauben, Ihre Telefonnummer weiterzugeben an irgendjemanden? Sind Sie sich der Konsequenzen bewusst, was Sie dort tun? Oder ist das alles hier nur, ich werde jetzt völlig verrückt? Ähm, Leute, wenn ihr für diese Ansorge eine Erklärung habt, schreibt sie doch bitte unten in die Kommentare. Ich persönlich kann, ja, das Ganze nicht mehr nachvollziehen. Mir ist es zu hoch. Also, echt verrückt. Ne, ich halte euch auf den Laufenden, falls noch irgendwas Wildes den Tag passiert. Ähm, ja, aber, ja, mal schauen, was die liebe österreichische Trümmerleute da noch alles heute von sich gibt. Bis dahin, euer kleiner StreamCakes.